Hey Hubix, jetzt heute einen kleinen weiteren Update-Video. Ich wollte noch mal kurz sagen, bevor ich fahre, leider habe ich kein Video mehr geschafft, mir voraus aufzunehmen und ein bisschen schade ist, aber naja, immerhin habe ich ein paar rausgebracht vorher, weil ich musste noch einiges tun, auch für den Urlaub und naja, heute fahre ich, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon in Wien und fahre dann quasi mit dem Zug Richtung Norddeutschland und treffe als erstes Mal Luca. Und dann geht die Reise weiter Richtung Skandinavien und den Rest werdet ihr dann in Videoformat sehen. Also, ich bin jetzt bis 14. August weg, das heißt, am 15. 16. könnten wieder Videos kommen und ich schade, dass ich dann Vlogs so schnell wie möglich raus habe. Wird wahrscheinlich so ähnlich wie Malte sein, vielleicht wird ein bisschen mehr Reden drin, weil eben Luca auch dabei ist, aber nicht viel mehr. Also, ich würde mal sagen Tschüss und ja, bis jetzt hin, spielt schon brav weiter. Also, ich würde mal sagen, 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 ich würde mal sagen Untertitelung des ZDF, 2020